So, dann machen wir mal weiter hier bei The Lost Levels. Ja, ich glaube, wir müssen bald durch sein. Also hoffe ich zumindest, weil es soll ja wohl nur 8 Welten geben. Meines Wissens nach. Ja, einfach mal gucken. 8 2 sind wir jetzt aktuell. Dann lassen wir Luigi mal antreten. Ich muss sagen, dass ich vorhin schon mal kurz gespielt habe, dieses Level. Allerdings kam etwas dazwischen, wodurch ich abbrechen musste. Allerdings habe ich vergessen zu speichern. Das Video. Und darum müssen wir es jetzt alles mal neu machen hier. Also, ich werde mal kurz... Okay, erst mal kurz failen. Ja, ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Das Level ist ein bisschen labyrinthartig, weil es gibt am Ende eine Röhre. Und wenn man in diese kommt, dann... Ja, kommt man nicht weit. Weil man dann nämlich wieder genau hier auskommt. An dieser Röhre. Da ist quasi so ein Kreis drauf. Wie möchte ich schon mal sagen. Also, die Röhre am Ende, bitte mal. Aber um weiterzukommen, muss man auf diesen Koopa springen und da oben den Block aktivieren. Genauso. Da kommt die Röhre. Da kommt ein Griffbild. Okay, der ist uninteressant. Äh, okay. Das ist ein bisschen buggy jetzt, warum da jetzt die Ranke weg war. Auf jeden Fall muss man über die Ranke hochklettern. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Und... Ja. Einfach mal hüpfen. Und Level geschafft. Das hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Weil ich habe wirklich alles abgesucht gehabt. Jeden einzelnen Block, jede einzelne Röhre. Und irgendwann kam ich dann auf diesen Block. Ja, und da war das Ziel. Okay, ab jetzt weiß ich auch wieder gar nichts. Oh, und das... Ah, wir sind über den Wolken. Yay, hey. Über den Wolken. Äh, wir gehen das Lied nochmal weiter. Äh, scheiße. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Oder so ähnlich. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Oh, Mann. Ach ja, ich habe mein Gedächtnis und meine Fehlhaftigkeit. Ja, eure Fehlhaftigkeit. Ja, genau. Äh, nee. Irgendwie ja nicht. Lakitu, verschwinde. Was macht der Koopa da? Oh, Lakitu, was soll das denn? Hammerwerfer? Noch ein Hammerwerfer? Oh, Gott. Oh, ich dachte, da käme es noch einer. Komm da rein. Nein. Was Böses? Was Böses? Nein. Okay. Na, wo er von Koopa springen kann auch böse sein. Uff, Alter. Scheiße. Jetzt hat er den Koopa verpasst. Äh, Mann. Oh, Gott. Ich bin gerade wieder total abgedreht. Ich weiß nicht, warum. Das ist komisch irgendwie gerade. Bäm. Bäm. Nein. Ja, 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 ja. Warum bin ich so drauf gerade? Das ist... Na, ich spiele aus Levels. Das geht noch nicht. Wie kann ich da so drauf sein? Da habe jetzt gar nichts passiert in letzter Zeit. Nö, eigentlich nicht. Also, es ist... Wow. Das war ein ganz schöner Bremsweg. Haben wir weiter Wasser auf der Straße, sodass sich der Bremsweg verlängert? Nein, aber wir haben... Ähm... Unebenen Boden, sodass wir immer in die Luft hüpfen. Äh. Nein, falls jemand fragt. Ich mache gerade keinen Führerschein. Ich habe auch noch keinen. Nur, falls gerade jemand für Gedanken kommen könnte, weil ich hier von rutschenden Boden rede. Und Bremsweg. Oh, wie war die Formel nochmal? X-Fünftel mal X-Fünftel? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, X-Fünftel war es, ja? Kann sein. Es ist schon zu lang her. Aber man hat gesagt, berechnet sie. Bitteschön mal eben kurz die Reformel durch. Wenn er gerade bremsen will. Hm, ich muss gleich bremsen. Wie viel Meter muss ich denn vorher stoppen? Lass mich mal eben nachrechnen. Ah, ich muss 150 Meter bremsen. Schade. Ich bin nur 100 Meter von der Ampel entfernt. So ein Pech aber auch. Man, das ist sinnlos, finde ich. Ich finde so viele Sachen sinnlos. Aber gut. Interessiert ist doch kein... Ach, jetzt wirf sie auch... Nein, er wirf nicht drauf. Okay. Uffa. Wow. Wo war das denn jetzt? Way too high. Äh, natürlich kommen wieder Hidden Blocks. Das hat man vielleicht jetzt gerade eben nicht gesehen. Bei den zwei Hammerbrüdern in 8-2, da war auch jedes Mal ein Hidden Block irgendwo drüber. Sodass man da prinzipiell gegengesprungen ist. Das ist mir tausendmal passiert. So, haben wir auch das. Hammerbruder. Noch ein Hammerbruder. Nein! Nein! Das war nichts. Auch wieder vom Anfang. Och ne, wo ist denn hier der Safe? Nicht unten auf der Erde, oder? Ne, ich glaub nicht. Komm, Cooper. Cooper, du warst zu langsam. Böser Cooper. Kriegst kein Essen. Bäm. Und hops. Und hops. Ja. Ja, natürlich kommt der mal in die Richtung gelaufen. Das war Fail, Lucky 2. Aber übelste Fail. So. Lucky 2, verschwinde. Wumm. Ups. Ups. Äh. Ich hab irgendwie gedacht, da kommt noch ein Hammerbruder. Scheiße. Ich hätte weiterspringen müssen. Naja. Och. Hm. Ja, okay. Der hätte mich retten können, aber... Hat er nicht. Doof. Doofes Lucky 2. Äh. Ähm. Ja, eigentlich wollte ich mich nur rausperren, aber... Ähm. Das ist da etwas anders ausgeartet. T-t-t. Ja. Das ist auch wieder doof gelaufen. Lucky 2, verschwindet. Du bist ein Nervensäger. So, okay. Also, ein bisschen aufpassen wieder. Ähm. Ja. Wenn ich auf Koopa aufpasse, sollte ich wenigstens auch auf Lucky 2 aufpassen. Also, nicht auf Koopa. Ich hab auch auf der Stachie aufgepasst. Na. Hm. Oh Mann. Ich fehl dir gerade an den einfachsten Sachen. Was soll denn das? Das ist doch echt nicht schwer gerade. Mann, das ist echt nicht schwer. Da kannst echt schon schwerere Dinge. Ja. Wobei die Gestaltung auch ziemlich einfach aussieht. Also. Es ist komisch. Yes, that was Denglish. Denglish. Scheiße. Ich glaube, ich spreng jetzt nächstes Mal wieder nur drauf, wenn der Murkweg ist. Das gibt's ja nicht. Da warte ich lieber die paar Sekunden und schaffe dafür einen Sprung auch. Ja, so. Geht doch viel besser. So. Und schön daneben springen. Oh Mann. Das Level kann doch nicht so schwierig sein. Badam, badam. Äh, das war jetzt doof von mir, ne? Kann Luigi da hoch? Ah, kann er. Okay. 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 Ah ja, das war jetzt nicht zu vermeiden. Entweder ich springe auf... Ja, wenn ich auf Cooper springen wollte, müsste ich auf dem Stachy landen oder ich springe in... In das Nichts. Wie gerade jetzt auch. Ne, das war nicht gesprungen, das war ausgerutscht. Das war ein verweigertes Springen. Naja. Ich finde, der Luigi könnte hier schon noch ein bisschen höher springen als sonst. Hier so weit von der Erde weg. Da haben wir noch garantiert eine reduzierte Schwerkraft. Naja, solange wir die Relativitätstheorie nicht noch einbringen müssen. Weil da haben wir noch Zeitdillatation und Längenkontraktionen. Ah, na. Ne, ne, ne. Da kam wieder Hammerbruder, ne? Nein, noch nicht. Okay, aber gleich. Gleich kamen sie. The Hammerbruders. Oh nein. Ich bin schon wieder am zweiten gefällt. Ah, nein. La-di-do. Bum. Bam. Bam. Und bam. Bam. Verschwinde. Was? Er wollte gerade einen Stachy werfen. Verdammt. Wow. Das war ein weiter Sprung. Verdammt. Der war geil. Oh, Glückwunsch. Das ist wunderschön. Ich habe sie nicht nur den richtigen Weg benutzt. So wichtig ist es auch nicht. Oh, nö. Komm, dummer Koopa. Was sollte das denn jetzt? Das war mies. Ganz ehrlich. Oh, schon elf Minuten. Oh, nein. Ich will jetzt doch nicht wieder für ein Level mehr als ein Part brauchen. Das stinkt total. Das war wieder so weitersprungen. Sehr letztlich. Oh, jetzt bin ich seitlich gegengesprungen. Nein, nicht seitlich, aber so. Ja, von unten seitlich. Kann man so sagen. Auf jeden Fall ungünstig. Was mache ich denn da? Ich gehe freiwillig in den Selbstmord. Ich begehe, nicht gehe in den Selbstmord. Außer Selbstmord ist ein Gebäude. Dann könnte ich da reingehen, aber... Ähm, naja. Wieder sinnlose Gedanken. Einfach ignorieren. Was ist denn? Ich springe jedes Mal gegen diesen Hidden Block da, bei dem zweiten. Das ist doch komisch. Jetzt kam das Sprungbrett, ne? Ja. Ja. Das war nicht so weiter, aber okay. So, komm, jetzt aber. Ja, na endlich. Was zum... Wie hoch ist das? Leute, verarscht ihr mich gerade? Da muss irgendwo ein Hidden Block sein. Da kommt man nicht hoch. Ich hatte voll Anlauf. Also zumindest, dass man sich voll Anlauf verstehe. Und ich bin nicht hochgekommen. Also irgendwas muss da gewesen sein. Oh, und ich habe gerade den... Beim zweiten zum ersten Mal nicht den Hidden Block aktiviert. Bats. Oh nein. Zu früh gesprungen. Er muss immer diese Lücke da nutzen. Zwischen dem ersten und zweiten Wurf. So viel habe ich inzwischen auch schon raus. Jetzt komme ich hier schon ganz gut durch, finde ich. Ah, jetzt war der Hidden Block wieder da. Natürlich. So. Zu der Leiter sprungen. Ah, ja. Ich bin schwerer hier angesprungen. Die Hammer-Brüder machen mich echt fertig. Das letzte Level vom Endschl... Vom... Ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob 8.4 das letzte ist, aber... Vom Endschluss dieser Welt, sage ich mal, sicherheitshalber. Ich weiß ja nicht, ob es rauskommt. 14 Minuten. Na toll. Und immer noch nichts geschafft. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.